Guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spielen der Easy Red Dead Basketball Bundesliga zwischen Medi Bayreuth und den Gießen 46ers. Wir hatten 3.228 Zuschauer und ein 89 zu 79 für Medi Bayreuth. Ich darf beide Trainer vorstellen und begrüßen. Zu meiner rechten Gästecoach Dennis Wucherer, zu meiner linken Headcoach Raul Korner von Medi Bayreuth. So ist es richtig, genau. Wir beginnen natürlich mit Dennis Wucherer und seinem Game Statement. Glückwunsch an Coach und die Bayreuther für einen verdienten Sieg. Und ich gratuliere zu einer bisher starken Saison und wünsche in den Playoffs mit Heimrecht alles Gute. Blick auf die Statistik verrät, dass der Unterschied nicht so groß war. Andererseits hatten wir eben keinen Steve Vachalski, der von der Bank kommt und vier Dreier reinwirft. Und aussieht wie ein All-Star, weil wir zu naiv sind, ihm das, was er kann, wegzunehmen. Und wenn man erstmal mit acht oder zehn Punkten führt, dann spielt es sich eben deutlich einfacher. Und dann fallen eben auch mal Würfe reinhalb von der Mittellinie mit Brett, die vielleicht nicht fallen würden, wenn man es schafft, lange dran zu bleiben, die Partie eng zu halten. Und insofern hat er den Unterschied gemacht. Hut ab. Naivität auf unserer Seite. Nicht nah genug dran zu sein. Und insofern sind wir immer einem Rückstand hinterhergelaufen und hatten im Endeffekt keine Chance mehr, dieses Spiel noch zu drehen. Ich hoffe, meine Stimme macht es noch. Also zunächst einmal danke für die Glückwünsche und ebenfalls auf jeden Fall ein Riesenkompliment nach Gießen. Wieder einmal sehr beeindruckend, was Dennis aus der Mannschaft mit seinen Mitteln heraushalt. Zum Spiel. Alles in allem denke ich, ein sehr solider Sieg auf unserer Seite. Wir haben über eine gute Wurfquote, die daraus resultiert hat, dass wir den Ball besser bewegt haben als zuletzt. Das Spiel, denke ich, ganz gut kontrolliert. Im letzten Viertel war es ein bisschen Preisschießen auf beiden Seiten. Aber ich glaube, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben und möchte meiner Mannschaft ein Kompliment machen zum vierten Platz. Ich glaube, dass das für uns eine tolle Sache ist, die aber nur dann was wert ist, wenn wir diesen Heimvorteil auch nutzen. Und genau darauf zählt unser Fokus jetzt, die nächsten Trainings und die nächsten zwei Spiele ab. Wir wollen Playoff-Rhythmus aufbauen und wir wollen zur wichtigsten Zeit des Jahres unseren besten Basketball spielen. Und das ist das große Ziel für die nächsten Tage und daran werden wir arbeiten. Danke. Gibt es Fragen an die Coaches? Dann auch nicht schlecht. Dann war es das und dann sehen wir uns in einer Woche gegen Bayern München wieder. Vielen Dank.